Goya's Grafikzyklus Los Capriccios Hallo Leute hier beim kunstpraktischen Teil zu Goya's Grafikzyklus Los Capriccios. Ich zeige euch hier in fünf Schritten wie ihr euer eigenes Capriccio als lavierte Kaltnadelradierung umsetzen könnt. Die Tiefdruckexperten unter euch denken jetzt natürlich, hä, wie Kaltnadelradierung? Goya hat seine Capriccios doch mit einer Kombination aus Aquatinta und Ez-Radierung geschaffen? Das stimmt natürlich. Ich verlinke euch hier ein Video, in dem ihr euch die Technik der Aquatinta-Radierung einmal ganz genau anschauen könnt. Diese Technik ist großartig und Goya hat sie wirklich wie kein anderer beherrscht, aber die Arbeit mit einer Kupferplatte, Kolophoniumstaubkasten, Säurebad und so weiter ist schon in mehrfacher Hinsicht eine echte Herausforderung. Ich bin ehrlich gesagt schon echt froh darüber, dass wir an unserer Schule eine funktionierende Tiefdruckpresse haben. Die lavierte Kaltnadelradierung kann damit auch auf etwas vereinfachte Art und Weise zu vergleichbaren Ergebnissen kommen. Anstatt der etwas teureren Kupfer- oder Edelstahlplatten kann man auch wirklich gut Radierplatten aus Kunststoff nehmen. Die haben neben dem niedrigeren Preis auch einen weiteren Vorteil, sie sind durchsichtig. Damit bieten sich ungeahnte Möglichkeiten, auf die ich gleich noch mal ein bisschen näher eingehe. Ich möchte auf keinen Fall viele Worte darüber verlieren, wie ich mein eigenes Beispiel Capriccio selbst deute und was ich mir dabei gedacht habe. Im besten Falle braucht ihr den Urheber eines Bildes auch gar nicht. Das Bild spricht für sich und ihr tretet mit ihm sozusagen in einen Dialog. Klar, dass es da mehr als eine richtige Interpretation gibt. Hier im Video soll es aber vor allem um kunstpraktische Techniken gehen und nicht um Bildanalyse. Wichtig ist vor allem, dass ihr eigene Strategien für eure eigenen Bilder entwickeln könnt. Und das hier sind meine Tipps dazu. Unser erstes Ziel ist es, zu so einem gedruckten Bild zu kommen. Gedruckt nicht einfach wie mit einem Computer und einem Drucker, sondern mit einer Technik, die es bereits seit über 500 Jahren gibt. Dem Tiefdruck. Im Anschluss werden wir diesen Druck mit Tusche und Pinsel lavieren. Schritt 1 Planung. Für das Verfahren der Kaltnadelradierung benötigt ihr eine ganze Reihe von Dingen, die die wenigsten Leute, die ich kenne, einfach so bei sich zu Hause haben. Radierplatten könnt ihr problemlos bei einem Fachhandel für Künstlerbedarf kaufen. Googelt das mal. Bei dem Shop mit B heißt der Hersteller Barley, bei der Konkurrenz mit G heißt das, was ihr sucht, Renalon. Außerdem sind hier für uns noch Radiernadeln, Gasestoff, spezielle Tiefdruckfarbe und Büttenpapier wichtig. Die größte Hürde bei der Ausstattung ist aber sicherlich die Druckpresse. Wenn ihr Schülerinnen oder Schüler seid, habt ihr vielleicht Glück, denn viele Schulen besitzen so eine Presse. Euer erstes Ziel sollte sein, ein Thema zu finden, das ihr in eurem Bild aufgreift. Das kann zum Beispiel eine Angelegenheit sein, die euch in eurem Alltag so richtig stört. Etwas, wo ihr denkt, da läuft doch irgendwie gewaltig was falsch. Da tickt jemand nicht ganz richtig. Welche Bilder verbindet ihr mit diesem Thema? Wenn ihr über diese Sache etwas länger nachdenkt, kommen euch bestimmt Bilder in den Sinn. Das lässt sich eigentlich kaum vermeiden. Oft können wir noch nicht mal steuern, welche Bilder das sind und das müssen wir auch gar nicht. Es lohnt sich, einmal die Perspektive zu wechseln und sich selbst sozusagen beim Denken zuzuschauen und dabei ein besonderes Augenmerk auf die auftauchenden Bilder zu setzen. Ähnlich wie beim Grundgedanken des Capriccio können wir hierbei fantasieren und Normen einfach außer Acht lassen oder sie sogar gezielt überschreiten. Gerade wenn man bei dieser Art nachzudenken noch nicht so geübt ist, habe ich noch einen guten Tipp für euch, der mir schon oft geholfen hat, ein Motiv zu finden. Legt euch doch mal eine Bildersammlung an, in der ihr Bilder sammelt, die zu eurem Thema passen könnten. Nehmt euch also Zeit und stöbert zum Beispiel durch die Google-Bildersuche. Überlegt, wie ihr Bildelemente aufgreifen könnt und zu einem neuen Bild zusammensetzt. Schritt 2, der Entwurf. Für diesen Schritt gibt es viele Möglichkeiten, von denen ich euch hier zwei vorstellen möchte. Ihr könnt eure Entwürfe komplett nach eurer Fantasie zeichnen. Im Theorie-Teil konntet ihr ja hören, dass Goya selbst angegeben hat, dass er für seine Capriccios weder fremden Beispielen gefolgt ist, noch die Natur kopieren konnte. Er hat also nicht das gezeichnet, was er vor seinen wirklichen Augen hatte, sondern das, was er vor seinem inneren Auge, in seiner Vorstellung gesehen hat. Das meint er übrigens auch damit, dass seine Bilder ideeller Natur sind. Wenn ihr euch dafür entscheidet, empfehle ich euch hierfür erstmal so viele grobe und schnelle Skizzen zu machen, bis ihr euch bei eurer Bildkomposition sicher seid. So eine Skizze muss auf gar keinen Fall schön sein oder irgendwie all euer technisches Können zeigen. Es soll eure Ideen dokumentieren und auf dem Papier sichtbar machen. Wenn ihr euch einigermaßen sicher seid, beginnt ihr eine Reinzeichnung. Durch festgelegte Linien und Flächen gebt ihr eurem Bild die endgültige Form. Die Reinzeichnung sollte eurem Endergebnis schon sehr ähnlich sehen. Deswegen müsst ihr hier mit den grafischen Mitteln arbeiten, die sich durch das Verfahren der Kaltnadelradierung auch anwenden lassen. Man kann hier nicht wie mit einem Bleistift oder mit Kohle flächige Graustufen anlegen oder schummern. Was wir haben, sind klare schwarze Linien. Deswegen nutze ich nach einer Bleistiftvorzeichnung meistens noch einen schwarzen Fineliner oder Tusche oder Filzstifte, um eine klare Linie zu erreichen. Ich fange erstmal mit klaren Kontur- und Binnenlinien an und später nutze ich parallel- und Kreuzschraffur, um einen ersten Eindruck von Schattierungen zu erreichen. Den Eindruck von Tiefe können wir dann später durch den Einsatz der Tusche-Labor noch mit verschiedenen Graustufen verstärken. Mit eurer Reinzeichnung seid ihr dann bereit für den nächsten Schritt, das Übertragen auf die Radierplatte. Eine weitere Möglichkeit, einen Entwurf zu gestalten, ist der Rückgriff auf Bilder, die es schon gibt. Zum Beispiel könnt ihr selbst fotografische Studien oder eine Fotomontage ausgesammelten Bildern anfertigen. Sowohl analog als auch digital können wir hier durch das Zusammenfügen verschiedener Bilder zu einem eigenständigen Entwurf gelangen. Gerade für die Fans der digitalen Bildbearbeitung ist das eine gute Chance, eure Fähigkeiten in den Gestaltungsprozess einzubringen. Am Schluss könnt ihr den Entwurf ausdrucken. Ihr seht jetzt schon den zweiten guten Grund, eine Kunststoffplatte zu nehmen. Man kann sie einfach auf den Entwurf legen und die Linien abzeichnen. Damit sich hier nichts verschiebt, ist es sehr, sehr hilfreich, die Platte mit Klebeband festzukleben. Falls ihr euren Entwurf am Tablet gemacht habt, könnt ihr auch eine Glasplatte auf das Display legen und hierauf weiterarbeiten. Passt nur auf wegen der Kratzgefahr. Schritt 3. Die Radierung. Während ihr über die Linien eurer Reinzeichnung fahrt, übt ihr so viel Druck aus, dass Vertiefungen in die Platte geritzt werden. In diese Rillen kann sich dann im nächsten Arbeitsschritt die Farbe setzen. Und ich kann den Zwischenstand auch immer dadurch kontrollieren, dass ich die Platte entweder gegen das Licht oder gegen weißes Papier halte. Anders als bei einem Stift ist es aber wichtig, dass ihr die Nadel nur zieht und nicht gegen den Strich schiebt. Ihr hört und fühlt den Unterschied dabei schon. Bei manchen Strichen ist es leichter, das Bild zu drehen als eure Hand. Ihr bekommt da ganz bestimmt schnell ein Gefühl für. Ist ein Strich einmal gemacht, kann man das aber nicht mehr korrigieren. Ich fange immer damit an, die Konturlinien zu übertragen. Als nächstes kommen die kleineren Details und die Schraffuren. Durch die Schraffur habt ihr die Möglichkeit, Bildgegenständen den Eindruck von Plastizität zu verleihen. So 3D-mäßig. Zum einen erreicht man das durch den Eindruck von Schatten, durch die Verdichtung von parallelen Linien. Aber außerdem können die Schraffurlinien auch der Form folgen, die das Objekt also in Wirklichkeit haben würde. So habe ich das hier zum Beispiel bei den Vorhängen oder zum Beispiel bei der Kanne gemacht. Und ganz wichtig, beim Drucken wird alles, was ihr radiert habt, spiegelverkehrt abgebildet. Alles geritzt? Dann kommt jetzt Schritt 4. Das Drucken. Für den Tiefdruck eignet sich am allerbesten sogenanntes Büttenpapier. Ihr erkennt Bütten oft schon am typisch leicht ausgefransten Büttenrand und an dem Wasserzeichen des Herstellers. Dieses Zeichen entsteht beim Schöpfen des Papiers. Denn im Unterschied zu gewöhnlichem Druckerpapier wird Bütten in einem sehr ursprünglichen Verfahren der Papierherstellung geschöpft. Das Bütten fühlt sich relativ weich an und kann wie ein kleiner flacher Schwamm eine Menge Wasser aufnehmen, ohne sich zu wellen. Das ist für uns hier besonders wichtig. Erst einmal reißen wir das Papier vorsichtig in die Größe, die wir brauchen. Praktisch ist hierbei ein sogenanntes Falzbein und ein langes Lineal. Das Lineal kann man zur Sicherheit noch mit einer Hand oben auf die Risskante drücken. Mit der anderen Hand reißt man dann das Papier ab. Dieser Schritt ist sowas wie ein ungeschriebenes Gesetz unter Druckgrafikern. Man könnte das Papier auch einfach schneiden. Aber durch das Reißen behält euer Blatt einen ganz typischen und leicht ausgefransten Rand. Anschließend muss das Papier gleichmäßig angefeuchtet werden. Eine Möglichkeit ist es, das Papier für eine kurze Weile in Wasser einzulegen und dann für eine etwas längere Weile aufzuhängen, damit das Wasser gut in alle Fasern des Papiers durchziehen kann. Man kann es auch mit befeuchteter Zeitung in Folie luftdicht verpacken und dann für ein bis zwei Tage durchziehen lassen. Jetzt kommt die Tiefdruckfarbe ins Spiel. Ich nutze hier am liebsten Aqua Wash Farbe, weil sie, wie der Name schon sagt, einigermaßen gut mit normalem Wasser abwaschbar ist. Tiefdruckfarbe ist viel zäher und klebriger als zum Beispiel Acrylfarbe oder Ölfarbe. Ich drücke jetzt etwas von dieser Farbe auf die Platte und verreibe sie mit dem Gasestoff, bis sich die Farbe gleichmäßig verteilt und sich in alle Rillen festgesetzt hat. Überall, wo erhabene glatte Flächen sind, muss ich die Farbe wieder abputzen. Damit es richtig ordentlich ist, könnt ihr nach der Gase auch nochmal mit einem weichen Tuch den Feinschliff machen. Auch hier könnt ihr die Probe gegen das Licht machen, bis ihr mit eurem Ergebnis zufrieden seid. Jetzt bringen wir alle Teile zusammen. Das durchgefeuchtete Büttenpapier wird auf die Presse gelegt. Ich lege hier nochmal ein sauberes Blatt Druckerpapier darunter, damit nichts eingesaut wird. Und auf das Büttenpapier lege ich vorsichtig meine vorbereitete Radierplatte. Und dann lege ich den Druckfilz oben drauf. Jetzt dreht ihr an der Kurbel, um die Walze zu drehen. Wenn eure Finger hierbei zwischen die Walze und die Platte kommen, werden sie zerquetscht. Das Ganze geht hin und zurück und dann könnt ihr eure Radierplatte vorsichtig von dem Bütten lösen. Nehmt dafür je nachdem, wie eure Finger aussehen, besser ein gefaltetes Stück Pappe. Voila, fertig. Jetzt wird euer Druck zum Trocknen aufgehängt. Die richtige Einstellung der Druckwalze ist sehr entscheidend. Spielt da also nicht mit den Rädchen rum, sondern fragt um Hilfe, wenn etwas nicht so funktioniert, wie ihr dachtet. Je nach Radierplatte könnt ihr diesen Vorgang mehr als 20 mal wiederholen und erhaltet immer mehr oder weniger das gleiche Bild. Druckgrafiker bieten ihre Bilder häufig in Serien zum Verkauf an. Die Bilder werden dann nicht als Unikate angesehen, sondern zum Beispiel ist es das vierte von zehn Exemplaren einer Auflage. Um die Seltenheit ihrer Bilder zu garantieren, zerstören manche Grafiker nach dem Drucken sogar die Druckplatte oder sitzen einen dicken Strich sehr durchs Bild. Im Fall von Goyas Caprichos war es glücklicherweise so, dass der König von Spanien die Kupferplatten bekommen hat und dafür Goyas einzigen Sohn Javier finanziell etwas unter die Arme gegriffen hat. Mit diesen Platten können jetzt immer wieder, und das ist zum letzten Mal vor knapp 80 Jahren passiert, neue Serien der Caprichos gedruckt werden. Schritt 5, die Lavour. Mit der Tusche-Lavour können eure fertigen Drucke durch das Hinzufügen verschiedener Graustufen den Caprichos von Goyas durch einen starken hell-dunkel Kontrast noch mal etwas näher kommen. Was ihr dafür braucht, ist Wasser, dann ein feiner Haarpinsel und ein Teller zum Anmischen. Außerdem natürlich Tusche. Macht ihr am besten über dem Teller auf, manchmal bröselt das und was ihr gut gebrauchen könnt, ist Küchenrolle oder Klopapier. Ihr fangt damit an, dass ihr euer Bild an den Druckrändern mit Kreppband abklebt und fixiert. Danach mischt ihr durch das verdünnende Tusche mit Wasser verschiedene Graustufen an. Nutzt am Anfang erstmal viel Wasser und wenig Tusche, und arbeitet euch langsam zu den dunkleren Bereichen vor. Wenn es etwas zu dunkel geworden ist, könnt ihr auch mit Wasser auf dem Blatt nochmal nachverdünnen, sozusagen. Wenn es euch mal passiert, dass ihr aus Versehen über einen Rand drüber malt, so wie hier jetzt, dann ist das erstmal nicht schlimm. Ihr könnt für einen gewissen Zeitraum diese nasse Tusche noch mit einem feuchten Pinsel oder mit einem Stück Papier wieder aufsaugen. Hier solltet ihr relativ schnell sein, denn auch das Büttenpapier saugt ja die Tusche auf und wenn sie einmal getrocknet ist, dann ist sie nicht mehr wasserlöslich. Einerseits können wir deswegen mal wieder nichts korrigieren, andererseits können wir aber auch durch das Überlagern mehrerer Lavurschichten richtig spannende Effekte erzeugen. Je nachdem, wie viel Arbeit ihr euch mit der Lavour machen möchtet, müsst ihr dafür natürlich etwas Zeit einplanen. Wirklich wichtig ist, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie sich die Tusche auf dem Büttenpapier verhält und wie viel Wasser und Tusche ihr für einen bestimmten Grauwert benötigt. Eine Faustregel ist, dass ihr eine Fläche immer dunkler machen könnt, indem ihr nach dem Trocknen eine weitere Schicht Tusche auftragt. Eine Fläche wieder heller zu machen, ist nach dem Trocknen nicht mehr möglich. Ein guter Lavurtrick ist, die Fläche erst mit einem sauberen Pinsel nass zu machen und dann mit der Tusche drüber zu gehen. Dadurch ergeben sich spannende Farbverläufe, die dadurch passieren, dass die Tusche noch etwas auf der Wasseroberfläche herumschwimmt. Um sich zu entscheiden, wie hell oder dunkel man eine Fläche gestalten möchte, sollte man sich vorher ein paar Dinge klar machen. Wie hell erscheint die Lokalfarbe des Objektes, auf das ihr euch bezieht. Das klingt erstmal ziemlich theoretisch. Wir arbeiten hier ja nicht mit bunten Farben. Aber mit verschiedenen Grauwerten kann ich wie auf einer Schwarz-Weiß-Fotografie einen Eindruck von der Helligkeit einer Sache wiedergeben. Welche Bereiche sind beleuchtet und welche liegen im Schatten? Wo ist eigentlich die Lichtquelle und wie verhält sich das Licht auf der Oberfläche? Es könnte ja zum Beispiel sein, dass Stoffe leicht durchsichtig sind oder dass sich auf der Oberfläche Glanzpunkte finden lassen. Nach dem Trocknen könnt ihr das Crepe vorsichtig lösen. Und damit ist euer eigenes Capriccio als lavierte Kaltnadelradierung fertig. Wer hier jetzt noch denkt, da geht doch noch was, ich bin irgendwie noch nicht ganz zufrieden. Der kann an seinen Drucken ja auch noch weiter experimentieren. Ihr könnt zum Beispiel auch mit farbigen Tuschen oder mit Tinten arbeiten oder durch Aquarell oder Wasserfarbe auch noch eine farbige Version erstellen. Außerdem könntet ihr natürlich, wie Goya das auch gemacht hat, noch eine Bildunterschrift hinzufügen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und es hilft euch bei eurer eigenen künstlerischen Arbeit. Vielleicht schickt ihr mir ja mal ein Foto von eurem Ergebnis. Das würde mich so richtig interessieren. Bis dahin!